Tja, also Siegfried, ich habe mir, nachdem du mir das jetzt erzählt hast, ist ja auch schon die Tage, diese Theater da mit den Leuten, du wirst lachen, ich bin da heute an dem Grundstück bei denen vorbei, ja, bei dir hatte ich übrigens auch geklingelt, aber hat keiner aufgemacht, hatte ich mich gewundert, wollte ich dich noch fragen, warst du nicht da oder warst du im Keller? Also ich hatte dreimal geklingelt, aber hat keiner aufgemacht. Naja, jedenfalls bin ich da vorbeigelaufen mit Gitti bei diesen Pals da, bei dem Nachbargrundstück da bei euch und da habe ich die tatsächlich in dem Garten gesehen, ja, und diesen Gesichtsausdruck nachzuurteilen, also wirklich ohne jetzt, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja nie voll der Hässigkeit, sowas kenne ich ja nicht, ja, sowas kenne ich ja nur von anderen. Dieser Blick hat mir gesagt, die Frau will es ja nicht mehr, war es los.